Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Sims 4. Ja, Abel ist wieder zu Hause von der Arbeit. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Vier Tage haben wir Zeit, bis wir wieder arbeiten müssen. Und ja, das werden wir nutzen. Auf jeden Fall, damit wir hier mal ein bisschen wieder zu Potte kommen. Damit wir hier mal unsere Aufgabe hier mit den 3 von 10 fertig kriegen. Oder halbwegs zumindest erstmal rankommen. Da werden wir mal eine kleine Party feiern. Ich würde sogar fast sagen, irgendwo außerhalb, vielleicht in der Bar oder so. Und dann werden wir mal richtig flirten. Also so richtig. Und ja, mal gucken, wie das wird. So, wir lassen ihn aber erstmal ausschlafen. Das kann noch kurz ein bisschen dauern. So, es dürfte auch ruhig ein bisschen schneller laufen hier, ne? Ja, soll sie halt sauber machen, während wir noch pennen. So, dann können wir was futtern. Keine Ahnung. Muss alles weg. So, dann können wir hier direkt zweimal. Und dann gucken wir dabei Kochkanal. Kochkanal. Junge. Hier hin. Damit wir das vollkriegen und deine scheiß Kochleiste. Das hat ja wunderbar funktioniert. So, können wir mal ein bisschen spulen. Das dauert ja immer ein bisschen. So, nehmen wir das nächste Stück. So, Essen. Und dabei Kochvideos. Danke sehr. So, eins geht noch, oder? So, kriegen wir denn das hier fertig mal? Kochen, 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 kochen. 95%. 96%. 97%. Junge, jetzt kannst du das auch durchziehen. Na, dann geh halt kurz auf den Pott. So, mach das schon selber. So, und dann machen wir das kurz hier noch fertig, bitte. Wir haben ja Zeit genug. So, müsste jeden Moment so sein. Jawohl, da haben wir es. Das ist wunderbar. So, und jetzt wieder auf den Pott. Wieso ist das jetzt hier so schnell wieder? Naja. Ja, und dann eine dampfende Dusche. Und dann gucken wir mal. So, jetzt brauchst du auch nicht mehr gucken. Also, kurz hier. Und dann eine Stunde kurz hier unter die Dusche. Und dann werden wir nämlich hier mal eine Party feiern. Also. Äh, gesellschaftliches Ereignisplan. Galaabend, ne? Also. Was haben wir? Hausparty haben wir schon. Galaabendessen, Hochzeit, Geburtstagsparty. Wer hat denn Geburtstag? Wir haben ja keinen Geburtstag. Galaabendessen, würde ich sagen, ne? So, wir sind Gastgeber. Galaabendessen, zwei. Also, wir nehmen hier. 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 Ach, was soll die Scheu? Logisch, alle. Das wird ein Fest. Ach, guck. Spencer, Kim, Lewis. Meine Herren, was haben die in der Hütte? Und das ist auch so ein schönes Schloss hier. So eine schöne Villa. Das hier sieht ja noch fast nur übel aus als bei uns. Okay, ich nehme es zurück. Alter, was geht denn hier ab? Ja, klar, wir feuern außerhalb. Bei der schwangeren Frau, die einen Typ hat. Also, einen Ehemann. Wir wollen ja nicht zu dreist sein, ne? So, bin ich mal gespannt. Hallo. Wie sind alle in einer Reihe? Im Ernst, das ist unsere Ausgekleidung. Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Also, ich mir gar nichts, aber das Spiel. Oh je. So. Ich würde sagen, als allererstes Baby machen. Nein, nicht hier. Küssen. Dann wollen wir jetzt erstmal rumprobieren. Das interessiert mich gar nicht. Da können wir immer noch Medaillen holen. So, da stehen zwei. So, dann. Was war das jetzt? Vier von zehn. Na, dann haben wir die doch. War doch die richtige dann. So, wer kommt denn hier alles an? Gott. Kim. Hallo, Kim. Was ist denn, wenn ich auf Techtelmechtel drücke? Ich meine, ganz im Ernst. Wo gehen die dann hin? Techtelmechtel. Hallo. Gehen die dann einfach zu der irgendwo ins Bett? Oder was? Das interessiert mich jetzt mal wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Nein. Die gehen hier nicht zu fremden Leuten ins Bett und treiben es da. Was zum Teufel. Das hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Hi. Nein. Ist schon alles gut. Hier. Hier ist nichts. Komm ruhig rein. Guck zu. Ob die jetzt böse auf uns ist? Ach ja. Geringfügig. So. Können wir die nochmal küssen, damit wir hier auf Nummer sicher gehen? Nein. Auf keinen Fall noch ein Baby. Küssen. Nur mal kurz. Beschämt. Mit anderen Sim erwischt. Ja, aber du solltest die hier mal kurz. Die ist ja ein richtiger Stimmungskiller hier mit dem Rum. Das hier ist noch ein Kind, ne? Da geht noch nix. Nein, da geht noch nix. Die ist auch kleiner. Erik Lewis. Hätte ich gewusst, dass das Erik ist, dann hätten wir die alte aber nicht flachgelegt. Der teilt uns ja in drei Stücke, wenn der das da rausbekommt. Wir können ja mal hier kurz gucken. Wir können ja mal so ein bisschen Unfug machen. Baby machen nochmal hier im Haus. Am besten noch im Schlafzimmer von den beiden, ne? Da bin ich mal gespannt. Wir benehmen uns hier einfach mal wie die Axt im Walde. Was soll schon passieren? So, kannst du hier mal die Klette loswerden? Oder am besten noch hier in dem Zimmer von der Tochter oder so. Falls die hier auch irgendwo ist. Tatsächlich. So, wo geht's hin? Oh, und hoffentlich kommt Erik jetzt. Können wir den noch kurz hochrufen? So, Nina Caliente. Willst du mitmachen? So, irgendwas ist da schiefgegangen. Wahrscheinlich liegt das an der hier. Naja, ich meine, dieses Jahr werden wir denn schon schwanger, ne? Schwangerer geht's ja nicht. Deswegen können wir das mal eben kurz machen. Hier so, zack, baba. Freut euch, baba, baba. Und rein da und fertig machen. Aber irgendwie will's nicht klappen, ne? Oder jetzt doch? Doch. So, Erik. Das ist jetzt genau der richtige Moment, um hochzukommen. Können wir den nicht irgendwie hochrufen? Wo ist denn der? Da ist er. Mist. Kokett vorstellen. Na, da wird er sich aber die Augen reiben. Sehr beschämt. Wie, schon wieder erwischt? Ne, das ist wahrscheinlich noch das von vorher. Ja, die Party läuft so ein bisschen aus dem Ruder. Aber eigentlich, naja, was soll's. Ich weiß auch nicht. Wir wollten ja hier nochmal Frauen anquatschen, ne? Die hier könnte mal anquatschen. Wer ist das? Mareike Bauer. Die hatten wir doch erst im Park getroffen, ne? Das wäre doch eine gute Nummer 5. Und die hier ist immer noch am Heulen. Ne. Wer ist denn hier unter jetzt? Ach, die Kim. Ach Mensch, die hier. Alle mit ihrem Rumgeflänne. Oh, diese Stimme. Ich erinnere mich. Ach, die Eva. Oh, die ist ja auch schon alt geworden. Na, da haben wir natürlich dann überhaupt kein Problem mehr, dass wir nicht mehr mit der zusammen sind oder zusammen waren oder wie auch immer. für Kommen danken. Mhm. Können wir auch die anderen Frauen bedanken. Wo ist denn das Baby? Hier ist irgendein Baby am Rumheulen. Patrick Spencer Kim. Ups. Das ist aber nicht das Baby von Abel, oder? Wie krass wäre das denn, ey? Dann wäre die jetzt schon wieder schwanger. Oh, wäre das übel. Oh Gott. Und der Mann fragt sich, wo kommen die ganzen weißen Babys her? Scheiße. Naja. Nicht erfolgreich. Ich fand's sehr erfolgreich. So, wir müssen mit der jetzt mal ein bisschen mehr uns unterhalten, wenn das hier die Nummer 5 werden soll. Da darf jetzt nichts schief gehen. Ah, floopy. Oh, Enfora. Zalka. Zarkini-Mumpf. Die ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Aber es ist egal. Nibbehana. Polino. Hallo, Eric. Schön, dass du da bist. Ähm. Hä? Warte. So, Tag für Schönern. Er ist nicht mehr da. Oh, Zombo. So, ob das langsam reicht? Also, wenn wir sie einziehen lassen können oder fragen können, dann müsste das reichen, ne? So, wird sich jetzt zeigen. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ah, fuck. Also, ich meinte Mist. Ärgerlich. Und er lacht uns erstmal aus. Hier, der Typ. So, da müssen wir dranbleiben, an der. Leute, nächste Folge. Gucken wir mal, ob wir hier noch was retten können. Soll es halt abgeholt werden. Was haben wir damit zu schaffen? Stinken tut es auch noch. Das soll doch der Papa hier mal machen. Los, Eric. Mach schon. Ist doch dein Baby, oder? So, Leute. Also, nächste Folge geht es weiter. Und, ja. Wäre schön, wenn ihr denn auch wieder dabei seid. Und dann gucken wir mal. Ob hier mit der Mareike noch irgendwas geht. Oder, naja. Ob wir uns hier wieder nur die Zähne dran ausbeißen. Wir werden es sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Hier bei Sims 4. Bis dann. 2. Vielen Dank.